Yo, hier war Slenderman! Diesmal mit lustiger Musik. Ja. Mal gucken was das für eine Auswirkung auf uns hat. Könnte nervig werden. Ich hoffe, da müssen wir auch nicht so viel reden. Ne? Ich hoffe es nicht. So, wir suchen jetzt die ersten Zettel. Mal sehen wo die sind. Jo. Also die Musik die ist echt lustig ey. Was ist das schon mal? Was ist das auch immer dunkel? Passt jetzt nicht ganz. Was? Keine Ahnung. Was passt nicht? Oh wir haben den ersten Zettel. Wir haben den ersten Zettel eingesammelt. Oh Leute. Spalke die Musik ein bisschen hoch oder so. Alles ist nicht gut. Okay. Mal kurz und stopp. Das sind wir wieder. Okay. Jo. Wow. Ist voll aufgefallen. Mal kurz mal die Musik von... Musik? Den Sound von Slenderman. Ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht machen. Slender. Jetzt. Ja. Hey. Wir sind jetzt unter... Unterwegs. Nein. Es ist Andy, woher ist du? Hallo. Wir warten auf Slender. WTF? Das ist das Klassiko. Äh. Da ist Andy. Ja, renn doch weg. Weg. Ich renn weg. Waaah, wir haben meine Süßigkeiten verkaufen. Auf der Flucht von Slender. Ah. Eisverkäufung. Es ist Eiswagen. Hör doch weg. Da 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 da. Da 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 da. Ich glaub wir können ja dann auch wieder... Später einen kurzen Cut machen und dann ein anderes Musikstück auswählen. Weil ich glaub auf Dauer wird das nervig. Mh, müssen wir ja nicht. Ist uns überlassen. Ja. Ihr... Ihr... Ihr coolen Publikum. Zuschauer. Freunde. Was weiß ich. Bekannte. Feinde. Bist du nicht mit mir? Ja. In der Sonne. Die Musik ist gruselig für ihn. Ich glaub aber mal irgendwie im Wald rum. Ich find's lustig. Meinst du? Slender hat glaub mehr Angst vor dir als wir vor ihm. Er will mir nur für Hexe verkaufen und äh... Also wenn man in Slender die ganze... Wenn man in Slender äh auf Zeit gespielt hat mal. Dann findet man es gar nicht mehr so gruselig. Früher war es ja immer so gruselig. Früher war es ja immer so gruselig. Und Slender verfolgt uns schon wieder. Hallo. Oh mein Gott. Wenn man halt gleich gegen warum. Ich kann mal suchen. Gar nicht. Ob sie fallen oder was. Ne. Ich hab mal irgendwie mal gesucht. Schreib's in den Kommentaren. Okay. Welche Kommentare? Später mal. All die Musik, hä? Perfekt. Ja, wir sind die wieder einfach. Ey, schau mal hinter dich. Ob Slender noch da ist. Slender. Slender ist gut. Aber er folgt uns noch irgendwo. Das stalkt uns. Das ist dermaßen von... Das ist pädophil, ey. Illegal. So wie stalkt ist auch illegal. Zumindest hier auch. Ich glaub ich hol's Telefon und rufe die Polizei an. Ja. Oh scheiße Akkulär. Dann kannst du auch Anzeigen. Das wär nice. Ja. Anzeige gegen unbekannt. Er ist groß. Er kann sich teleportieren. Er hat keinen gesehen. Also da fand ich die Grafik von... Äh. Wie heißt's? Nur so kurz, wo wir durchgezockt haben. Ja, da war die Grafik geil. Da war die Grafik geil. Aber das neue Länder wird echt nice. Also ist nice. Das machen wir später aus Let's Play 4D. Hast du? Ich hol's mir dann. Geh kaufen. Ich hol's mir dann. Ja, wir kochen's dann. Mit Painstave oder Paintball. Painstave oder Paintball. Das wäre egal. Das was halt geht. Wir haben's grad ungefähr... 10 nach... 8. Und in 20 Minuten muss es leider schon gehen. Okay. Ja. Ach ja. Das Landy. Schade, dass bin ich halt noch hier so... Schrauben, Schlösser oder was. Lass das mal liegen. Ja. Von Aquarium. Ja. Damit kann man das Land auch bestimmt aufhaben können. Ne? Ja. 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 Wir haben die nächsten Zettel. Nummer 2, ne? Oh Gott, bist du schlecht, ey? Ja. Was steht drauf? Keine Ahnung. Page 2. Die Musik verwirrt einen. Ja. Dann mach. Guck mal hinter dich. Warum guckst du nicht hinter dich? Weil das Landy sein könnte. Jetzt hab ich's gemacht. Toll. Ja. Hier kannst du eigentlich nur als kleine Poker-Karrenmusik machen. Wo geht's hier eigentlich weiter? Mann. Lass mal kurz. Ah. Also mich regt die Musik langsam schon aus. Ah ja. Ich hab schon einen Ohrwurm. Da 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 da. Photosynthese. 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 Auf zu Slender. Auf zu Slender. Slender, magst du mit mir Quallen fischen? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Das war seine Antwort. Slender, magst du mit mir Kinder im Wald fischen? Ja, oh, du tust. Okay. Hier steht hinter dir. Alter, ich seh dir bald voll lauter Bäumen nicht mehr. Boah, er klappt schon wieder. Der ist hinter dir? Ich könnte wetten. Guck mal hinter dich. Wetten. Wetten. Wettenwetten. Wettenwetten. Oh my god, geile Wetten. Ich stehe da nur doch hinter dir. Oh, da ist ein Zettel drin. Da ist ein doch. Das ist, aber ich weiß, jeder weiß, man muss ihn so klein. Und auch wieder raus? Ja, aber das ist von der anderen Seite irgendwie jetzt, von hier. Du hast das gesehen. Hä? Hier ist mal nix. Lord, muss der Zettel hin. Der ist weg. Hast den Zellner schon mitgenommen? Ja, der wollte, der muss einkaufen gehen, der hat einen Zettel. Und einen falschen Zettel mitgenommen. Ja, und das hat er den mitgenommen. Das ist schlecht. Ah, die schönste Musik direkt so auf. Komm, jetzt hat er das einfach. Da ist was. Komm, wir fahren mit dem Auto weg. Jetzt muss man eine andere Musik. Da ist ein Zettel. Wer ist jetzt dafür, dass man eine andere Musiker hat? Habe, habe, habe. Heute nicht. Komm, wir gucken uns das Auto an. Oh, das ist schön, Alter. Alter, das ist ja ein Lamborghini. Das ist eine Slender-Marke. Ja, Alter, das ist Lamborghini. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Okay, Slender ist in der Nähe. Slender. Nein, tu es nicht. Böser Slender. Ausländer. Aus. Hinter dich. Okay. Böser Slender. Böser Slender. Ja, das ist immer voll, ja. Lord hat sich schon wieder gepisst. Das TP-Typies. TPen sich so oft. Der hat halt zu viele Enderperlen. Ich will nicht in ihn reinlaufen. Renn, renn in ihn rein, renn in ihn rein. Lalalala Lalalalalalalalalala Lalalalalalalalalalal Lalalalalala Läheu Guck mal, hinter dich ob's Lenny noch ist Lenny, Lenny, Lenny 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 Wenn es at me Ich suche Lenny Schicks Wenn es at me Hey Wie hier Mw Du wolltest es sehen Steht der immer noch hinter dir Naaain guck net auf Warum? Sonst krieg ich einen Anruf. Von wem? Von Slender. Aber der ist doch freundlich, der will doch nur Kinder fischen. Ja, geht auch nicht. Ja genau, guck den Baum an. Das ist ein Baum. Er ist sogar älter als Slenderman. What the fuck? Help me! Nein! Nein! Ich renne auch schon nirgwohin. Lol. Ja, ich bin gekommen. Ja! Wiener muss der gewesen sein. Wiener muss der gewesen sein. Schau mal neben mir. Und wollte mir meine Poste bringen. Die Poste ist falsch. Deswegen wollen wir sie nicht haben. Guck mal hinter dich. Nein, tu ich nicht. Warum? Jetzt will ich ja mal Kekse andrehen. Entweder sterben wir jetzt oder nie. Heute nicht. Heute nicht. Hey! Wir müssen uns ablenken. Dass wir diese grausame Musik aushalten können. For Slendy. Da schon wieder. Oh nein! Guck mal, ich bin ganz schnell hinter dich. Oh! Oh! Der verfolgt uns noch. Oh! 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 Also wär ich so ein Kind im Bald, Alter, schwör ich jetzt so. Du noch mehr wegfahren, ey! Wenn's in Amocii. Ja, pech! Dann bleibst du's in den Augen und... Ja, warte. Und dann versteck ich mich im Kopfharr. Warte, du bist Lenny kommt. Dann versteck ich mich im Kopfharr. Oh, ich geb nen Cheat-Code ein. Alle 8 Zettel. 8 Zettel. Cheat-Code. 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 Dann schied ich mir, dass man Slender schlagen kann. Das ist auch nicht, Willse, Paul. Und ich kann mal drüber klettern. Aber Slendy lässt uns nicht zu. Gell? Wo war der gerade da? Der lässt einfach nicht zu. Da! Hier! Drüber klettern! Fertig! Oh! Ich guck jetzt noch. Oh! Heil! Hör da immer, was passiert. Wenn du sorgst. Ich wette mit dir hinter dir ist er denn... Hilfe! 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 Du rennst vor allem. H-H-H-H-Heh! Hilfe! H-Heh-Heh-Heh! H-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh! Weil der ist Stalker, Boah! Boah Stalker! Hast du ihn grad gesehen? Ich weiß es nicht! Das ist ein Stein. Und das ist groß. Ein Fels. Doch, doch kein Fels. Schwittertunnel. Schwittertunnel. Betten hinter dir. Ja, dann kann man jetzt Musik wechseln. Heute nicht. Doch, bitte. Warte. Da ist ein Haus. Ich muss aufs Klo. Und das ist in real life auch noch. Echt? Ja. Ich bin erst bezogen. Juhu Zettel. Und jetzt können wir ja... Ja, ihr habt keine Augen. Hier können wir schon einen Cut machen. Heute nicht. Warte, warte, warte. Okay, wir machen. Aber ich kann nicht pausieren. Nein. Da, 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 da. Okay, wenn du verdreckst, bist du schuld. Nein. Nichts umstellen. Ja, klasse. Okay. Ich spiel jetzt. Ich renne einfach irgendwo hin. Ich weiß nicht wohin, aber egal. Mal. 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 Okay, ja. Mal. 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 Die Musik regt auf und ich bin noch nicht verreckt. Ja, warte. Ich wechsel grad wieder. Player! Player wechsel! Scheiße! Nein, ich bin grad wieder gekommen. Ich bin erst gekommen und schon bin ich tot. Ja, und das war's vom zweiten Part. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Mit anderer Musik. Tschau! Tschüss! Auf Wiedersehen!